Der Rentnerausweis. Rentner können mit dem Rentnerausweis richtig viel Geld sparen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, mich hat vor kurzem in einer Rentenberatung eine Dame davon informiert, oder die hat mir das so voller Stolz und Glück erzählt, dass sie kürzlich in Budapest gewesen ist. Und da kamen wir dann so ins Gespräch. Budapest ist ja eine wunderschöne Stadt. K&K-Monarchie hat doch vieles ähnlich mit Wien und anderen großen Städten wie Bratislava dort in der Ecke. Und dann fragte ich auch so, wie die Preise sind. Und da meinte sie, Mensch Herr Knöppel, das war eine tolle Sache. Ich konnte in Budapest, konnte ich mit dem öffentlichen Nahverkehr kostenfrei fahren. Und da habe ich gesagt, wie das? Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin Rentner. Ich habe den deutschen Rentnerausweis vorgelegt und dann konnte ich Tag und Nacht dort kostenlos rumherfahren. Das war eine wunderbare Sache. Und genau das war der Grund für mich jetzt einfach nochmal was zum Rentnerausweis zu sagen und wo sie da Geld sparen können. Wir alle wissen ja, dass gesetzliche Renten nicht gerade dicke sind. Die ganzen Zahlen liegen uns vor und ich habe das ja nun auch in vielen, vielen Videos auch schon dargestellt, dass viele von unseren Rentnerinnen und Rentnern ja nicht gerade frohlocken, wenn sie ihren Rentenbescheid sehen, sondern sagen, um Gottes Himmels Willen, wie soll ich denn mit der Rente überhaupt leben? Und dann hat natürlich der ein oder andere dann auch die berechtigte Frage, ja, ich möchte ganz gerne weiter in den Sportclub gehen. Ich möchte gerne mal das Theater besuchen. Ich möchte gerne mal ins Kino gehen oder auch mal in die Gaststätte gehen. Das kann ich mir als Rentner dann gar nicht mehr leisten. Ja, meine Damen und Herren, da würde ich mal ein bisschen aufpassen. Es kann sein, dass Ihnen der Rentnerausweis doch die eine oder andere Tür öffnet, so dass Sie dann zu vergünstigten Preisen dort auch wieder oder dort weiter am sozialen Leben teilnehmen. Meine Damen und Herren, vergessen Sie bitte eins nicht. Wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft und wir haben in Deutschland 21 Millionen Rentner. Das ist gesehen an der Gesamtbevölkerung eine extrem hohe Zahl an Menschen. Das sind fast 25 Prozent unserer doch knapp oder über 80 Millionen Deutschen, die in Deutschland leben. Das ist eine gewaltige Masse an Menschen und das ist auch ein gewaltiger Wirtschaftsfaktor, nämlich Rentner müssen ja auch leben. Die geben Geld aus. Und natürlich müssen sie auch gucken, dass sie nicht zu viel Geld ausgeben. Und der ein oder andere Marktanbieter muss sich dann schon überlegen, wenn er seine Dienstleistungen und seine Sachen weiter verkaufen will, ob er den Rentnerinnen und Rentnern nicht von sich aus dann auch Rabatte und sonstige Dinge gibt, damit sie auch weiterhin in der Lage sind, seine Waren und Dienstleistungen einzukaufen. Und wenn mich jetzt zum Beispiel ein Rentner fragt, Herr Knöppel, wie sieht das aus bei Ihnen? Kann ich bei Ihnen eine Rentenberatung auch zu günstigeren Preisen bekommen? Dann werde ich sicher nicht sofort Nein sagen, sondern werde mir die ganze Sache angucken und gegebenenfalls dann auch ein entsprechendes Angebot machen. Aber, meine Damen und Herren, das mache ich selbstverständlich, wie alle anderen auch, dann natürlich nur gegen Nachweis, gegen Vorlage eines Rentnerausweises. So, und jetzt sind Sie völlig erstaunt, was ich Ihnen jetzt sage, meine Damen und Herren. Wir Deutschen sind ja wirklich ein penibles Volk. Ja, und bei uns gibt es nichts ohne Rechtsgrundlage. Und den Rentnerausweis, meine Damen und Herren, den gibt es auch nicht ohne Rechtsgrundlage. Der ist nämlich geregelt im § 119 Absatz 3 Sozialgesetzbuch Nr. 6, gesetzliches Rentenrecht, in Verbindung mit § 21 der Rentenserviceverordnung. Und genau dort drin steht, wer von Ihnen Anspruch auf einen solchen Rentnerausweis hat. Und das finde ich natürlich wieder mal ganz prima. Ja, der Deutsche regelt wirklich alles. Also, schauen Sie bitte in § 119 Absatz 3 Sozialgesetzbuch Nr. 6 rein, in Verbindung mit § 21 Rentenserviceverordnung. Geben Sie bitte die beiden Paragrafen mal in Google ein. Und dann sehen Sie den entsprechenden Gesetzes- oder Verordnungstext. Ja, meine Damen und Herren, und last but not this, was bringt Ihnen denn der Rentenausweis? Ich hatte es ja eingangs im Video schon gesagt, der Rentnerin in Budapest, kostenfreie Fahrt mit dem Nahverkehr. So, und in Deutschland ist das so. Viele Bereiche des öffentlichen Lebens, Theater, Konzerte, Museen, können Sie als Rentner auch besuchen. Selbstverständlich entweder mit vollem Preis oder aber unter Vorlage des Rentenausweises dann zu vergünstigten Preisen. Es gibt sogar billigeren Nahverkehr und auch Hotels. Volkshochschulen bieten extra für Rentner zu günstigeren Preisen Kurse an. Würde ich auch mal drüber nachdenken. Universitäten, manchmal sogar auch kostenfreie Senioren-Collects, Schwimmbäder, Sportvereine. Also bei uns zum Beispiel in Halle bin ich mir fast sicher, dass in Schwimmbädern günstigere Preise für Rentner angeboten werden. Das hilft Ihnen natürlich wiederum. Dann können Sie sich im Schwimmbad auch noch extra die Bratwurst und das Bier leisten. Freizeitpark und Gärten. Wer das alles mag, der kann da in diesen Bereichen Vergünstigungen abfragen. Meine Damen und Herren, meine Empfehlung ist, als Rentnerinnen und Rentner, haben Sie bitte keine Angst. Wir sind in der sozialen Marktwirtschaft. Fragen Sie bitte nach günstigeren Preisen. Mache ich genauso, wenn ich irgendwo hingehe und mir irgendwas angucke und denke, Mensch, das möchte ich haben und es erscheint mir doch zu teuer. Dann frage ich nach, ob ich das auch zu günstigeren Preisen bekommen kann. Meine Damen und Herren, was ich auch schon nach und nach erlebe, ist Rabatte oder Vergünstigungen mit Rentnerausweis in Restaurants und in Gaststätten. Also das gibt es neuerdings auch schon. Es ist ja wirklich so, dass Gaststätten und Restaurants aufgrund der Mehrwertsteuererhöhung auch schon ganz schön stöhnen und leiden. Es kann sich auch nicht mehr jeder jede Woche ein Schnitzel in der Gaststätte leisten. In Halle zum Beispiel können Sie in verschiedenen Gaststätten mit bis zu oder ab, sogar ab 25 Euro für ein Schnitzel rechnen. Da haut es einem wirklich ganz schön die Beine weg. Und für Rentnerinnen und Rentner, die eine schmale Rente haben, ist das dann wirklich weit entfernt, sich da was leisten zu können. Und deshalb fragen Sie ruhig nach, ob Sie auch hier entsprechende Nachlässe bekommen oder aber das Restaurant sogar schon für Rentner Nachlässe Rabatte anbietet. Ja, das soll es gewesen sein. Der Rentnerausweis ist in Scheckheftgröße. Der wird Ihnen geliefert durch den Postrentenservice der Deutschen Post AG. Aber für diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die in der Deutschen Rentenversicherung Knappschaftbahnsee versichert sind, dort gibt es den Rentnerausweis direkt von der DAV Knappschaftbahnsee übersandt. Für den Fall des Verlustes fordern Sie einfach einen neuen Rentnerausweis an. Ja, meine Damen und Herren, also mit diesen Informationen können Sie gestärkt in den Ruhestand gehen oder durch den Ruhestand kommen. Und ganz einfach, fragen Sie einfach nach, gibt es Rabatte für Sie, gibt es Preisnachlässe für Sie. Das würde ich an Ihrer Stelle auf jeden Fall hinterfragen. Halten Sie den Rentnerausweis hoch und glauben Sie mir bitte eins, der ein oder andere wird dann sagen, herzlich willkommen. Sie müssen statt 10 Euro Eintritt nur 5 Euro Eintritt bezahlen. Und da macht das Leben natürlich dann auch wieder ein bisschen mehr Spaß. Näheres zu diesem Thema, zum Thema Rentnerausweis finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.